oder als Sozialdemokrat bei den Sozialdemokraten spreche und selbstverständlich ist Letzteres der Fall. Aber ich habe überhaupt nichts gegen ihr goldenes Buch, sondern trage mich gerne ein und gehe auch davon aus, dass du mich dazu einladen wirst. Meine Damen und Herren, ein Experte für Pfaffenhofener Fragen bin ich nicht und deswegen will ich auch gar nicht hier fundierte Kenntnisse vortäuschen, die man mir erst kurz vorher eingeflüstert hätte. Ich will Ihnen etwas zur Kommunalwahl in Bayern sagen und auch zu den Reaktionen, die wir seither erlebt haben. Es gab ja in ganz Bayern richtig flächendeckend große Verluste der CSU. Also so einen Erdrutsch wie hier, dass gleich 16% weniger sind, das ist selten. Und das ist es, sehr gut ist. Vielen Dank.